So, hier Klassenfahrt, Neu-Harlinger-Siel. Wir warten hier gerade, bis wir die Zimmer beziehen. Hier sitzen wir gerade im Rezeptionsraum und da hinten sind auch noch welche und da sind ganz viele. Da ist Marie und ja, wir warten jetzt. Und ihr kriegt auf jeden Fall nächste Woche ein richtig geiles Video.